Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part ging es los mit diesem wunderschönen Spiel und wir haben schon damit begonnen Zylinderien zu erkunden und auch hier ein bisschen was vom Kaskadenland, wie es glaube ich hieß. Und da haben wir schon hier unseren ersten Powermond bekommen. Und jetzt in diesem Part werden es dann hoffentlich noch ein paar mehr werden, die wir dann hier finden können. Wir schauen einfach mal, was uns jetzt hier auf der anderen Seite dieser Brücke erwarten wird. Hm, was ist das denn? Das sieht auffällig aus. Da ist es, genau hier noch haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist ja auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Okay, mach ich mal. So, zack. Hm. Okay, einer reicht noch nicht, wie es scheint. Was? Sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Bestimmt. Okay, alles klar. Ah, da steht es auch, die Alice benötigt noch vier von den Powermonden. Alles klar. Gut, dann machen wir uns dann auf die Suche nach noch weiteren Powermonden, die wir dann hoffentlich finden können und die will ich haben. Ganz viele Münzen auf einmal, sehr schön. Okay. So, dann gleich hier noch mehr Kunden und gucken, ob ich noch irgendwas finden können. Komm ich doch schon nach oben? Da komm ich bestimmt schon irgendwie nach oben, oder? Ja, das geht bestimmt irgendwie. Ich muss nur, warte mal kurz. Hier so. Hör. Ja, nicht ganz. Ich müsste da am besten den richtigen Winkel erwischen. Ich glaube, ich soll da noch gar nicht nach oben, aber ich will es mal probieren. Ja, leider springt der Mario immer ein bisschen blöd davon weg. Ich meine, ich kann natürlich auch noch hier Cappy benutzen. Hier so irgendwie. Und dann hier so nach oben. Ja, fast. Nicht ganz. Ich komme auch schon fast nach oben. Ich werde es mal dann, glaube ich, jetzt doch eher sein lassen. Ja, das war es auch fast. Ich meine, ich kann auch in der Luft tatsächlich Cappy werfen, um da nochmal ein bisschen auch in eine andere Richtung mich zu bewegen. Das ist auch ganz nützlich. Was ist denn, wenn ich hier sowas mache? Und dann hier? Ne, geht nicht. Schaffe ich nicht. Okay. Dann lasse ich es erstmal und gehe erstmal dann hier noch weiter und gucke mal noch, ob ich hier sonst noch irgendwas finden kann. Zum Beispiel hier weitere Blöcke mit Wien am Herz. Deswegen weitere Münzen, weil ich nämlich eh schon vollgehalten war. Genau. Und auch weitere Lila-Münzen, die wir uns natürlich auch gleich holen wollen. Genau, schon 18 haben wir. Also schon fast die Hälfte von denen, die wir hier finden können. So, und hier kommen wir auch nach oben. Und kriegen dort eine Münze. Yay, oder? Und wir können auch wieder Handstandshalte machen und dann auch wegspringen. Hui. Komme ich jetzt eigentlich da? Ich meine, ich bin mit mir jetzt nicht ganz sicher, hätte ich da jetzt auch gerade irgendwie was Cooles machen können. Weil ich meine, ich kann doch auch Cappy in der Luft eben halten. Okay, von hier aus komme ich nämlich rüber. Von hier aus kann ich nämlich hier Cappy so werfen und dann hier so rüber. Genau, sehr schön. Kommen wir also doch schon hier hin. Mit ein bisschen Tricksen. Ziemlich cool. Das ist ein weiterer Checkpoint. Oben auf dem großen Baumstamm. Alles klar. Kann ich jetzt hier schon irgendwas Tolles finden? Ja, auf jeden Fall weitere Münzen, die ich gerne mitnehmen will. Und hier ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Auf der Seite. Das wirkt es, als würde der Felsen da irgendwie einen Höhleneingang versperren oder so. Aber nee, da unten ist auch nichts mehr. Hm. Denn dann scheint hier erstmal nichts mehr zu sein. Oder auch vielleicht doch, und ich war nur blind. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Aber ich kann hier erstmal nichts Besonderes mehr finden. Stamm-Attacke irgendwie auch nicht. Okay. Das ist aber echt cool, dass man, ja, wenn man dann treffen würde, dass man eben da Cappy nach vorne werfen kann. Und dann eben auch etwas weitere Schluchten damit überwinden kann. Das ist echt ziemlich cool, wie ich finde. Okay. Übrigens, hier, das habe ich gar nicht bemerkt. Hier sind Stachis oder auch Goombas drauf. Allgemein hier einige Pixel-Gegner. Das ist ziemlich witzig. Hier auch wieder ein Stachi. Das ist ganz witzig. So, und hier sind weitere Münzen. Hm. Und auch wieder ein paar Kettenhunde da vorne. Wo ich dann gleich auf jeden Fall wieder mit denen interagieren will. Aber ich will auch erstmal kurz hier nach oben gucken. Weil nämlich auch hier noch mehr Stuff zu finden ist. Ist es wirklich so? Gute Güte, was ist denn das für ein riesiges Ding? Können wir jetzt wirklich schon jetzt hier so früh im Spiel? Tatsächlich! Okay, den T-Rex kennt man ja auch schon aus Trailern. Aber dass man schon so früh jetzt mit dem hier spielen darf. Das ist ja auch mega cool. Angreifen kann ich auch. Okay, da beiße ich dann so zu. Oder so. Sprinten kann ich sogar auch. Wow, aber dann ist man ein bisschen sehr schnell. Ist auch nicht so ganz einfach, den zu kontrollieren. Ehrlich gesagt, aber das ist ja mega witzig. Wir können hier wirklich einfach alles stimulieren. Die komplette Welt zerstören. In die Kettenhunde kann ich bestimmt auch einfach reinlaufen, oder? Genau. Einfach reinlaufen und dann damit schon besiegen. Oder halt auch den Angriff machen. Das ist echt cool. Hier kann ich auch noch dann... Aha, hier kann ich noch was finden. Ah, hier ist ein Power-Mond. Alles klar, ich geh mal kurz raus. Okay, bleibt jetzt hier. Ich hoffe, dass der noch ein bisschen beneebel bleibt. Sieht übrigens echt cool aus. Sieht sogar auch ganz aus der Nähe. Auch ein bisschen furchteinflößend. Ist das wieder... Okay, er ist wieder respawnt. Da hinten. Alles klar, aber erst mal ein weiterer Power-Mond. Yay, ein Mond für dich. Beiß dich durch das Gestein. Das ist ganz cool übrigens, dass die Monde auch dann immer einen eigenen Titel bekommen. Eine Beschreibung. Wie man sie denn dann bekommen hat. Das finde ich auch ganz cool auf jeden Fall. Und hier ist noch ein bisschen mehr Zeug. Wie es scheint. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig entlang gehe. Weil ich hätte mit dem T-Rex auch noch ein bisschen mehr kaputt machen können. Und noch mehr anstellen können. Aber ich gehe jetzt erst mal hier diesen Weg entlang, wenn ich schon hier bin. Was ist da oben? Wie? Wann komme ich da nach oben? Moment. Ja. Aber hier ist anscheinend nichts mehr. Oder kann ich den zerstören, den Felsen? Ja, mit Mario nicht. Vielleicht mit dem T-Rex. Aber der T-Rex kommt ja jetzt hier an diesen Ort nicht wirklich hin, oder? Ich schätze eigentlich nicht. Käppi kann die auch einsammeln, oder? Genau. Okay, sehr schön. So. Okay, jetzt bin ich hier so ein bisschen einmal im Kreis gelaufen quasi. Ich hätte auch von der anderen Seite hier hinkommen können, oder wie. Ah ne, aber das ist aber ein neuer Checkpoint. Wo bin ich jetzt? Achso, okay. Da hinten ist der T-Rex wieder. Alles klar. Ich bin jetzt hier so ein bisschen außenrum gelaufen. Weil ich hätte auch die Abkürzung nehmen können mit dem T-Rex eben. Okay, alles klar. Reisetipp Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue folgendes. Bewege den Pro-Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Okay. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Ruckartig seitwärts. Hui. Das ist nämlich cool. Okay. Kann ich da auch irgendwie das doch auf den Knopf vielleicht belegen? Oder muss ich das mit bewegen machen? Weil ein Knopf wäre mir schon lieber, ehrlich gesagt. Steinbrücke. Aber ich meine, das geht ja auch so relativ... Ah ne, jetzt habe ich was anderes gemacht. Siehst du mal. Geht ja auch so relativ einfach. Genau. Ich habe gerade irgendwas anderes gemacht. Ist das nach oben bewegen? Genau, nach oben kann ich ihn auch bewegen. Nach unten ist das. Und andere Richtung ist noch das hier. Okay, also ich habe da tatsächlich einige verschiedene Aktionen mit Cappy, die ich da vollführen kann, wenn ich halt immer dann den Controller unterschiedlich schüttle. Das ist ganz witzig auf jeden Fall. So mache ich noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich will jetzt mal kurz auch noch die anderen Gesteine, die hier noch im Weg sind, auch noch schnell zerstören. Weil darunter ja vielleicht noch ein weiterer Mond ist oder sowas. Deswegen nochmal kurz hier. Brauche ich schnell die Hilfe vom T-Rex. So. Die Frage ist natürlich auch, wo kann der jetzt eigentlich überall hinlaufen? Weil ich meine, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kann der da auf die andere Seite von der Brücke hin? Und den anderen Kettenhund da hinten noch besiegen zum Beispiel. Oder kann ich hier irgendwas machen? Das kann er auch kaputt machen. Ja, okay, der T-Rex kann einfach wirklich alles und jeden zerstören. Hier. Da ist aber nichts da runter. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass er das zerstören kann. Das wäre ein bisschen blöd. Ne, kann er nicht. Ja, kann ich jetzt hier auf die Brücke drauf? Da kann ich sogar. Wow, Hilfe. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier tue. Aber ich mache es einfach mal. Stirb. So. Ich gehe jetzt mal wieder ganz an den Anfang zurück. Weil ich kann euch hier auch noch Sachen zerstören. Hier ist vielleicht sogar wirklich was da runter. Hier so. Moment. Ja, ist die ganze Zeit. Da ist sogar wirklich was. Sehe ich schon. Irgendein Schalter oder sowas. Wow. Was zum... Okay, das ist ein Trampolin. Und da kann der T-Rex auch wegspringen. Aber das soll ich dann wahrscheinlich eher in Mario-Form benutzen. Würde ich mal schätzen, weil jetzt ja der T-Rex hier jetzt nicht allzu viel anstellen kann. Das kann auch zerstören hier. Aber das kann einfach wirklich alles und jeden zerstören. Okay. Ich konnte es nicht mehr länger halten. Hat es halt nur eine bestimmte Zeit. Oder lag das jetzt daran, dass ich zu weit weggelaufen bin? Ich weiß nicht genau. Und hier ist wieder so ein Pixel-Katzen-Mario. Oh, da kommen dann Münzen raus. Okay. Und kann ich jetzt bei dem Trampolin irgendwas machen? Auch nicht so wirklich, oder? Ich dachte, ich könnte jetzt ein bisschen mehr damit anstellen. Vielleicht auch einen weiteren Paum finden. Aber kann ich anscheinend nicht. Schade, ja? Aber ich würde ganz gerne jetzt sogar dann nochmal den T-Rex kurz karpen, weil ich noch ein bisschen hier rumprobieren will. Ich meine, ihr merkt ja schon, dass ich sehr, 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 sehr gründlich spiele. Und das müsst ihr euch auch angewöhnen. Ich meine, wir spielen ja auch 100%. Und ich will schon eigentlich ganz gerne, bevor ich dann eine Welt verlasse, dort immer alles finden, was so irgendwie geht. Deswegen, da müsst ihr euch dann, wie gesagt, ein bisschen dran gewöhnen, dass ich hier sehr, 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 sehr gründlich spielen werde. Weil ich eben alles finden will, was so irgendwie geht hier. Und deswegen würde ich das dann auch genauso machen. Und die Kettenhörte sind übrigens sogar wieder zurückgekehrt. Also die Gegner kehren auch wieder zurück nach einer kurzen Zeit. Alles klar. Das heißt, wir werden mal kurz gucken, ob das jetzt wirklich daran lag, dass ich ein bestimmtes Zeitlimitern unsichtbares habe. Oder ob es daran lag, dass ich einfach zu weit weggelaufen bin. Das kann vielleicht auch sein. Dass ich zu weit weg war und dass dann deswegen das Spiel mich wieder rausgeworfen hat aus dem T-Rex-Modus. Weil ich würde jetzt zum Beispiel auch interessieren, was passiert, wenn ich ins Wasser falle mit dem T-Rex. Das weiß ich auch nicht genau. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch noch kurz hier entlang gehen. Und da hinten nochmal alles zerstören. Oder kann ich jetzt beim Trampolin irgendwas Besonderes noch machen? Ähm. Hui. Nicht wirklich, ne? Weil ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich steuern dann, wenn er so hochgesprungen ist. Deswegen geht das dann erstmal. So, ich will das auch zerstören. Und auch noch den Pudier. Okay, ich habe einfach wirklich dann ein unsichtbares Zeitlimit, wie es scheint. Und ich soll mich dann wirklich ein bisschen beeilen. Okay. Dann versuche ich mal wieder so schnell, wie es noch irgendwie geht, vielleicht zurückzurennen, wenn ich das schaffe. Dann muss ich mich dann doch ein bisschen beeilen. Aber wir können ja hier auch ganz schön sporten. Ob ich mal kurz auch ins Wasser fallen will. Will ich mal ins Wasser fallen? Ja. Kann ich hier irgendwas Tolles machen mit dem T-Rex? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Und ich glaube, ich sollte es auch gar nicht tun, was ich hier alles mache. Aber warum denn noch nicht? Äh. Aber ne. Ich glaube, hier ist nichts Besonderes für mich. Okay. Na gut. So. Dann jetzt noch ein allerletztes Mal will ich jetzt den T-Rex noch kapern. Weil ich dort die Felsen, die jetzt da vor uns lagen, auch noch zerstören will. Und dann will ich es aber wirklich sein lassen und da nochmal den richtigen Weg entlang gehen und den, den ich auch entlang gehen soll. Aber ihr merkt schon, es macht mir einfach mega viel Spaß, hier in dem Spiel einfach nur Sachen zu erkunden und Blödsinn zu machen. Weil, ähm, ja, ich meine, weil es doch so ist, dass häufig auch Blödsinn dann zu weiteren Powermonen führt. Deswegen, warum denn eigentlich nicht? So, jetzt ein letztes Mal. Hoffe ich zumindest. So. Yay. Gut. Äh, da unten will ich nämlich auch noch ganz gerne diese Felsen da zerstören. Hier. Kann ich noch da irgendwas? Das ist auch wieder ein Trampolin. Okay, wenn ich dann auch wieder leichter, wow, leichter nach oben komme. Das sieht schon echt sehr witzig aus, wenn der T-Rex dann so durch die Gegend schammt. Okay. Jetzt hier auch noch alles zerstören, weil vielleicht ist ja hier auch irgendwo was darunter. Aber, nee, anscheinend nicht. Okay, aber ich kann hier auch noch ein paar mehr zerstören, wenn ich will. Das tue ich mal. So. Und da sogar auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es so klug ist, jetzt da entlang zu laufen, wo ich jetzt gerade hier bin. Aber ich meine, hier ist noch mehr zum Zerstören, deswegen warum denn nicht? Ah. Ja, da kann man so übertreiben einfach, das ist echt total witzig. Das ist auch noch, alles klar. Einfach alles und jeden hier zerstören, der mir in den Weg kommt. Warum denn nicht? So. Weil, ich meine, gerade eben haben wir ja da auch schon ein Powermont finden können. Und das soll ich auch noch zerstören, alles. Ja. Aha, das muss ich sogar zerstören. Denn hier haben wir dann einen coolen 2D-Abschnitt. Yay, denn die gibt es auch. Das ist echt ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, das muss ich sogar machen, um weiterkommen zu können. Alles klar. Dann kannst du wieder weggehen. Gut. Aber hier ist dann gleich noch ein bisschen mehr zu finden. Aber ich will mal ein bisschen das kurze Schütteln machen. Nee, falsch. So, genau. Bam. Nicht schlecht auf jeden Fall. Okay. Aber da unten kann ich noch ein bisschen mehr entdecken, wie gesagt. Und da oben auch. Wir werden auch kurz hier schneller kunden, bevor ich dann da weitergehe. Denn hier sind noch ein paar Münzen, die ich mir holen kann. So. Okay. Yay, sehr schön. 34 haben wir schon. Nicht schlecht auf jeden Fall. Und hier ist übrigens Katzenpeach. Habe ich gerade gesehen. Also ganz viele Katzenbilder hier. Mit einem Herz. Yay, vielen Dank. Gut. So. Ja, dann gehe ich jetzt halt, wie gesagt, doch mal den Weg, den ich auch entlang gehen soll. Nämlich hier. Vorbei in diesen Gegnern. Mal kurz den ausweichen. Okay. Genau. Und dann eben gleich diesen 2D-Abschnitt dort nach oben. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber das werden wir dann gleich schon noch sehen. Ob ich dann dort auch irgendwie nach oben kommen kann. Ich hoffe es doch. Aber das dachten wir schon. Hier in den Ecken sind nämlich noch ein paar Münzen zu finden. Nämlich hier. Genau. Und da unten waren wir ja gerade eben schon beim Wasserfall. Ja, dürfte alles passen. Okay. In die Röhre rein. Ja. Und dann 2D-Abschnitt. Yay. Okay. Spielt sich auch auf jeden Fall ziemlich cool. Kann ich... Okay. Diesmal kann ich auch rennen. Weil das ja in den 2D-Marius auch Standard ist, dass man rennen kann. Aber in den 3D-Marius eben nicht unbedingt. Und... Das ist mal ein Fehler übrigens. Und deswegen hier kann ich dann wirklich auch wieder rennen. Moment. Ich will da jetzt nochmal schon nach oben kommen. Und die Münzen haben. Genau. Sehr schön. Nachdem ich da ein bisschen zu voreilig die Blöcke zerstört habe. Aber passt ja noch. Zack. Sehr schön. Okay. Und bam. Und bam. Da kann ich mehrere Münzen kriegen. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Weil ich jetzt schon auch wieder zu voreilig war und die Blöcke wieder zu schnell zerstört habe. Schade eigentlich. Ich kann übrigens das Steuerkreuz nicht benutzen für diese 2D-Abstände. Finde ich ein bisschen schade. Weil ich da das Steuerkreuz ja angeboten hätte. Aber kann ich nicht benutzen. Ich muss hier auf jeden Fall den Control-Stick benutzen. Ah, ich kann sogar hier... Ah, hier ist ein Mond. Mega cool gemacht, wie ich finde. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch schon dann auf weitere 2D-Abschnitte, die dann hier noch kommen werden. Kann ich die Gegeneinander irgendwie aufhetzen oder so. Die beiden. Bam. Ah, nee, okay. Aber ich muss jetzt die so ein bisschen Kettenreaktionsmäßig benutzen. Die Kettenhunde. Oder so. Sondern hier oben ist doch bestimmt auch noch irgendwo was, oder? Oder nicht? Wenn ich hier so auf die Nasenspitze draufgehe. Ich will jetzt aber nicht runterfallen. Ähm. Hier ist doch nichts mehr. Wir haben eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Aber ansonsten nichts Besonderes. Hier hier oben auch nicht, oder? Oder Hilfe? Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Okay, ich stehe gerade in der Luft so ein bisschen. Warum denn nicht? Aber wenn ich hier ist nichts mehr, wie es scheint. Okay. Dann gehe ich mal doch den Weg wieder mal entlang, wie ich entlang gehen soll. Nämlich hier. Zu dir da vorne. Gehst du gerade Gassi, oder wie? Hallo. Ähm. Hi. Was? Du bist meine Monde, um dein doofes, altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meinem Monde doch nicht einfach an dahergelaufene. Schon gar nicht an Kettenhundfutter. Oh, ganz ruhig bleiben. Ich will ja noch gar nichts tun. Hilfe. Okay. Ich meine, der Kettenhund hat ja auch einen eigenen Hut. Aha. Aha, sehr schön. Und? Bah. Okay, den Kettenhund gegen sich selber benutzen. Das ist ziemlich cool. Auf jeden Fall die Idee. Und, äh, Hilfe, was macht ihr jetzt? Ich sollte wahrscheinlich weg hier. Hilfe. Okay, irgendeine coole Drehattacke. Aber das sage ich mir mal noch ein paar Münzenleins haben, bevor ich dann gleich wieder den Kettenhund Kapere... Kann ich eigentlich... Darf ich sie berühren? Nein! Ja, verdammt, das kann ich mir ausweichen. Ich darf es anscheinend schon berühren, wie es scheint. Kann ich auch sie hier so direkt gegeneinander bouncen lassen? Nicht wirklich viel erschein. Okay. Dann gleich wieder übernehmen den Kettenhund. Moment. So. Und? Nein, ich muss erst mal ein bisschen ausbrechen. Okay, jetzt. Zack. Er ist echt eine coole Idee. So, aber... Oh, jetzt wird sie ziemlich böse. Ich sollte weg hier. Okay, ich bin nur nicht sicher, aber ich schätze mal, während sich der so... Was macht sie jetzt? Während sich der so dreht, kann ich wahrscheinlich sein Hut ihm nicht abziehen. Also, erst jetzt eben, schätze ich mal. Na, aufpassen. Und? Nein, ich habe noch erwischt. Nein! Komm, jetzt kein Hund. Lass dich erwischen. Nein, verdammt. Ja, ich bin so schlecht. So, jetzt aber. Okay. Und? Erst mal noch ein bisschen ausweichen. Und dann gleich. Moment. Nämlich. Jetzt nimm das. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie eine Bananenstaude, ehrlich gesagt. Drei Monde auf einmal. Yeah, ein Multimon für dich. Sehr schön. Ja. Du hast es geschafft. Und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Okay, also ich könnte jetzt dann hier schon die Welt verlassen. Schätze ich mal, aber hier ist noch mehr Stuff, das ich mir noch holen will. Ich kann auch noch hier zum Beispiel rein. Und kriege hier einen geschenkten Mond. Einfach so. Didim. Yay. Das war einfach. Auf einem Felsversprung. Okay. Und ich habe auch noch ein paar weitere Monde gesehen. Okay, und jetzt wurden die Münzen auch ausgegraut. Interessanterweise. Die ich schon eingesammelt habe. Okay. Ist da hinten auch noch irgendwas? Ist da hinten auf dem Vorsprung auch noch irgendwas, oder? Kann ich irgendwie auch zoomen eigentlich? Nee, oder? Ich glaube nicht. Und ich habe vorhin auch schon gesehen, dass es irgendwo eine einsame Insel gab hier in der Luft. Wo waren die? Hier über uns, genau. Und da dürfte, glaube ich, auch noch ein paar Monde drauf gewesen sein. Wie komme ich denn da eigentlich hin? Hm. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt noch ein bisschen mehr erkunden sollte, oder ob ich einfach dann gleich jetzt weitergehen sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt. Das sind übrigens noch Münzen. Ja, ich meine, wenn ich schon direkt vor mir sowas Auffälliges sehe, da will ich mal noch ein bisschen weiter erkunden. Ich werde aber dann trotzdem, denke ich mal, schon in diesem Part auch dann die Welt wieder verlassen. Und dann die nächste Welt betreten. Hallo? Ähm, okay. Schnackhälchen. Und was suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Haha. Ich kann es ja nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Volle Punktzahl mit dem Kettenhund. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Cheepery Cheep. Achso, ah ja, genau. Okay, stimmt. Den kenne ich auch schon aus Trailer, den Typen, richtig? Der gibt mir immer Hinweise, was ich tun muss, um weitere Power-Monde zu erhalten. Und ich muss hier irgendwie eine volle Punktzahl mit Kettenhunden erhalten. Eine volle Punktzahl. Ähm. Ja, mit dem Großen. Dann die anderen alle, die Kleinen besiegen. Oder so. Ich weiß nicht genau. Ich will mal kurz den Großen schnell übernehmen. Moment. Ja. Da kann ich irgendwie schaffen, alle drei zugleich zu übernehmen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht, oder? Ich mache die mal schon einzeln. Ähm. Ah, nee. Aber das ist aber blöd, weil ich kann die gar nicht besiegen. Ah, hier vielleicht. Okay, hier ist eine Zielscheibe. Das sieht doch ganz gut aus. Moment. Kurz den übernehmen. So. Und. Kabam. Okay, ich kriege Münzen wenigstens. Ja, schon mal anfangen. Aber ich meine, vielleicht gibt es hier noch nicht. mehr Zielscheiben, die ich nur vorher nicht gesehen habe. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Da hinten. Aber ich meine, da war ja schon ein paar Mond. Ich weiß es nicht genau. Finde ich hier noch irgendwo Zielscheiben? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Oder muss ich vielleicht nochmal einfach draufschießen und das mehrmals machen? Oder muss ich das vielleicht so reaktionsmäßig machen, dass ich mit dem hier anfange und dann da so die drei hintereinander benutze? Das war ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ähm. Okay, das hätte aber sogar fast geklappt, ehrlich gesagt. Muss ich das echt so machen? Das wäre ein bisschen sehr schwierig, finde ich. Irgendwie. Ich werde es nochmal einmal probieren. Ich muss da halt den richtigen Winkel finden. Das war der falsche Winkel. Das ist aber schon sehr schwierig, ne? Ich werde es erstmal mit dem Großen probieren, vielleicht. Ähm. Dass ich wenigstens mal dann zweifach das habe. Äh. Moment. So. Na, nicht ganz. Moment. Ich werde es nochmal kurz schaffen. Oder versuchen, ob ich das hinkriegen kann. Weil das wirkt so, als würde ich das dann einen weiteren Paum-Mund geben. Und weitere... Wow. Okay. Und weitere Paum-Munde würde ich immer gerne annehmen. Na, okay. Das geht anscheinend nicht. Ich muss es schon direkt machen. Okay. Dann will ich es nochmal testen, ob ich vielleicht einfach mehrmals treffen muss. Ob dann jetzt andere Sachen passieren. Weil ich will das schon ganz gerne herausfinden, was ich da jetzt tun muss. Ja. Jetzt passiert aber nichts mehr. Ich mache es aber noch ein drittes Mal. Weil der dreimal so eine magische Zahl ist. Aber ich denke mal nicht, dass da jetzt irgendwas passieren wird. Aber vielleicht auch doch. Zack. Nein. Okay. Hm. Schade. Aber hier will ich eben mir noch kurz weitere Münzen abholen. So. Wie viel haben wir jetzt dann gleich schon? Lass mal nochmal kurz gucken. Ähm. 40 schon. Also 10 fehlen noch. Hm. Das ist natürlich die Frage, wo... Wow. Das war knapp. Das ist natürlich die Frage, wo wir dann zu finden sein werden. Hier oben war ich ja auch schon, oder? An diesem Ort hier. Genau. Hier ist dann der 2D-Abschnitt gewesen. Wo ich dann nach oben kam. Ähm. Hier war ich ja auch schon. Das habe ich ja auch schon alles mit dem T-Rex auch zerstört. Deswegen hier dürfte er auch nichts... äh. Allzu besonderes mehr zu finden sein. Da oben war ja dann der Kampfschauplatz. Da war ich also auch schon. Also näher an den meisten Orten dürfte ich eigentlich dann doch schon hier auch gewesen sein. Was natürlich... Shit. Wollte ich dann die Frage ist, wo dann noch diese letzten 10 Münzen sein werden. Aber eventuell auch noch... Habe ich eigentlich die schon alle hier weggemacht? Moment mal. Moment. Ne, falsch. So. Hui. Ne, das ist okay. Ähm. Ich meine, vielleicht ist es auch noch so, dass eben auf dieser einsamen Insel in der Luft, dass da auch noch dann weitere Münzen sind. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Und ich frage mich echt, was es hier mit der Zielscheibe auf sich hat. Ich weiß es nicht genau. Weil es kommt mir schon sehr, sehr... Suspekt vor. Und auch schon so, als würde man dafür einen Paumund bekommen. Aber ich weiß es gerade nicht. Deswegen werde ich es mal jetzt dann sein lassen erst mal. Ich kann mal vielleicht noch mal kurz mit dem Papageien reden. Weil der mir jetzt dann vielleicht gleich irgendwas anderes noch erzählen kann oder so. Ich schau mal kurz. Hallo. Wonach suchst du denn? Ja. Ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Guten Morgen, Kapitän Toad. Ah, hier ist... Okay, hier ist irgendwo Captain Toad. Oder wie. Und den muss ich finden. Und dann gibt er mir einen Powerstern. Oder nicht einen Powerstern, ist ehrlich falsch gesagt. Einen Powermond. Aber wo ist denn hier Captain Toad? Hm. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, ich werde es dann jetzt erst mal sein lassen. Weil wir werden ja später in die ganzen Welten eh nochmal dann häufiger auch zurückkehren. Um dann noch verpasste Sachen zu entdecken. Und deswegen, ich lasse dann erst mal. Genau. Und werde dann erst mal das tun, was ich auch tun soll. Nämlich hier auf den Globus werfen. So. Und unsere Monde abgeben. Und wir haben mehr als genug. Die Odyssey ist funktionssüchtig. Yay. Sehr schön. Okay, und die Weltkarte. Das ist ja ein bisschen schade an dem Spiel, dass es keine Hubworld gibt. Aber dafür halt stattdessen hier dann so eine coole Weltkarte. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal, ja, die eine halt und Peach retten. Ich weiß nicht genau, wie die eigentlich heißt. Aber das ist doch ein Steuer. Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland, drücke A und schon geht's los. Okay, wir haben hier Hutland, Kaskadenland und Wüstenland. Da gehe ich am besten da mal hin, würde ich sagen. Zum Wüstenland dann. Genau. So, das Wüstenland kenne ich auch schon so ein bisschen aus Trailern. Aber wirklich viel habe ich jetzt davon auch noch nicht gesehen. Ehrlich gesagt. Ich weiß aber, dass die Welt auf jeden Fall ziemlich groß ist. Und auch um einiges größer als hier das Kaskadenland. Okay, ob das wirklich alles so funktionieren wird, ich bin mir ja nicht ganz sicher. Wir hoffen mal, dass das Ding nicht zusammenbricht. Auf dem Flug, das wäre ziemlich schlecht. Yay, wir sind der Steuermahn. Volle Kraft voraus. Okay, da dürfen wir auch schon leicht da sein, hoffe ich mal. Ja, ne, aber erstmal noch ein bisschen chillen hier. Na, wie gefalle ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssey holen wir in Nullkommanichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Stampfattacke. Um mit Blöcken oder Gegnern unter dir oder Bodenunebenheiten fertig zu werden, geht nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZL in der Luft, um mithilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das würde uns bestimmt weiterhelfen. Ja, kenne ich aber schon. Falls du mal was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Ja, will ich aber nicht. Ja, ne, passt schon. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt. Und wohl auch ziemlich heiß. Da wäre ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, von dem, was ich schon gesehen habe. Dort gibt es Ruiden zu sehen und jetzt kommt's. Den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Oh, okay. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhortzeit stehlen will. Das stimmt, ja. Okay, er will dann bestimmt diesen Ring haben. Der gute Bowser. Und da wollen wir ihn auf jeden Fall davon aufhalten. Hier im Wüstenland. Brutzelebende. Oben auf dem Ruinenturm. Okay, das ist unser erstes Ziel. Erstmal dort nach oben zu kommen. Und diesen Powermon zu erhalten. Alles klar. Ne, er ist ziemlich kalt hier. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt. Und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Hm. Warum leuchtet das auf der Turmspitze? Ist es etwa ein Powermond? Mhm. Haben wir schon gesehen. Okay, ich behalte jetzt sogar auch hier die Kapitänsmütze. Sehr interessant. Genau. Und hier sind nämlich überall hier solche Eiskristalle aus irgendwelchen Gründen. Da wüsste ich. Ich weiß auch nicht genau, warum. Wird sich dann schon noch klären. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die auch einfach da, weil sie halt da sind. Keine Ahnung. Werden wir dann schon noch sehen. Und ich kann auch die kleinen von denen zerstören. Die großen wahrscheinlich nicht, oder? Äh, nein. Die kann ich nicht zerstören. Oder eine Stamm-Attacke vielleicht. Moment. Ja, das war jetzt natürlich exzellent daneben. Moment nochmal. Ja, ich muss noch mal draufkommen. Moment. So. Bam. Nee, geht nicht. Okay. Aber ich kann wenigstens Münzen erhalten. Ganz oben. Lass mal kurz die Karte sehen. Ja, das ist nämlich ziemlich groß. Denn hier ist eben so eine kleine Stadt. Und dann hinten ist dieses ganze Ruinenzeug. Hier ist auch eine Oase anscheinend. Und noch anderes Zeug. Also das ist wirklich ziemlich groß hier. Ähm. Die Frage ist, will ich jetzt dann gleich den richtigen Weg entlanglaufen? Oder erstmal noch ein bisschen erkunden? Ich habe eigentlich halt immer häufig Bock, auch erst anderes Zeug zu machen. Obwohl es andererseits schon von Vorteil wäre, die Stadt zu erkunden, glaube ich mal. Nee, ich werde es doch so mal zuerst die Stadt zu erkunden. Ich werde auf jeden Fall an Thorazien, bevor ich dann zu den Ruinen hingehe, ähm, dann vielleicht ein bisschen was anderes erkunden. Mal schauen. Diese Münzen kann man nur in diesem Land ausgeben. Mhm, genau. Ähm, da hat eben jedes einzelne Land hier so seine eigene Währung mit diesen speziellen Dealer Münzen, die zwar immer dieselbe Farbe haben, nämlich lila, aber die halt immer eine andere Form haben können. Genau. Ähm, hallo. Mir ist so kalt. Was ist hier nur passiert? Alles, boah, auf einmal ein. Hm, okay. Ja, die scheinen hier wirklich alle zu frieren. Und die sind sogar eingeschlossen. Oder wie? Oh nein, oh nein, oh nein. Der schuldet mir noch Geld. Okay, ja, dem geht es nicht mehr so ganz gut. Ja, ich hoffe echt, dass wir hier auch irgendwie dann, ähm, das ganze Eis hier wegschaffen können. Weil das Eis dann doch hier uns vieles versperrt auch. Nämlich auch hier den Weg zum Beispiel, ja. Jetzt wird niemand mehr unsere Eisbecher kaufen. Kalt. Auch die Arme. Willkommen in unserem Shop. Ah, ja genau. Okay, da kann ich schon hier Sachen einkaufen. Crazy Cap. Genau. Ähm, will ich da noch kurz reingehen? Ich kann vielleicht noch kurz reingehen, meinetwegen. Ja. Obwohl ich jetzt natürlich noch nicht so viel Geld habe, ehrlich gesagt. Aber ich kann mal trotzdem gucken, ob ich hier schon irgendwas Tolles vielleicht kaufen kann. In dem Schalz sind deine Klamotten. Du kannst dich jederzeit umziehen. Mhm, okay. Na gut, ich habe eben bisher nur die Mario-Mütze oder auch die Kapitänsmütze. Und nur das normale Mario-Outfit. Alles klar. Habe ich jetzt schon genügend Geld? Ich schätze mal nicht, oder? Herzlich willkommen. Reden wir mal kurz über deine Münzen. Du besitzt gelbe Münzen und die lila Münzen. Die gelben Münzen kannst du überall einsetzen. Die lila Münzen kannst du nur in dem Land, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. Hallo. Okay, hier kann ich meine gelben Münzen ausgeben. Okay, ich kriege da einfach einen Mond für 100 Stück. Alles klar. Crazy Cap Hut, ein Original aus dem Trending Crazy Cap Shop. Crazy Cap Outfit. Oder auch hier die Badehose. Punkte Shorts. Okay. Ja, wir können jetzt erstmal einfach so einen Mond kaufen. Warum denn nicht? Ähm, ja. Yay. Ein Mond. Einfach so. Okay, Einkaufsbummel in der Brutzlebene. Es gibt also quasi schon wieder so irgendwie, könnte man sagen, 100 Münzen-Missionen. Da man sich dann eben für 100 Münzen halt die Power-Munde hier kaufen kann. Das ist sehr interessant. Wurde halt hier ein bisschen anders gemacht, da man die nicht auf einmal finden muss, sondern eben verteilt. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich meine, ich brauche meine Münzen. Ach, das kostet 1000 Sehgalt. Ich dachte, es wäre ein 100 gewesen. 1000. So viel echt jetzt? Ich meine, ich kann das eigentlich gleich mal kaufen, würde ich sagen. Warum denn nicht? Können wir das dann gleich mal umziehen? Umziehen, ja. Okay. Und gleich umziehen, ja. Sehr schön. Und dann auch gleich hier das Crazy Cap Outfit. Zeige deine Treue zu Crazy Cap auch nach außen und kleide dich in dieses atemberaubende Unikat. Okay. Yay. Und auch gleich umziehen. Jetzt mal gucken, wie da gleich Mario aussieht. Ich bin gespannt. Yay. Okay, es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ehrlich gesagt. Ich dachte aber, wir werden mal im ganzen nächsten Part dann vielleicht hier mit diesem Outfit hier spielen. Warum denn nicht? Also, wir werden dann auch immer darauf achten, dass ich dann immer schön viele verschiedene Outfits hier in den Parts mal anziehe. Dass wir dann immer ein bisschen Abwechslung haben. Okay. Ah ja, jetzt bin ich zum anderen gar nicht gegangen. Aber ich glaube, ich habe eh noch nicht genügend Geld, oder? Weil ich habe ja erst zwei Münzen von den Lilanen. Und ich schätze mal, dass ich eh noch nicht genügend habe, um irgendwas zu kaufen. Deswegen, ich werde dann erstmal im nächsten Part noch ein paar weitere sammeln. Wie zum Beispiel auch noch die da oben. Und dann nochmal hingehen und gucken, ob ich dann noch irgendwas weiteres mir holen kann. Genau. Aber ich würde erst mal sagen, Leute, das, was wir hier auf diesem Part noch kurz aktivieren. Kurz eben eine Siedlung, genau. Das, was wir hier auf diesem Part von Let's Play Super Mario Odyssey, beim nächsten Mal wird es dann hier noch in der Wüste weitergehen. Dass wir dann erstmal diese Stadt hier ein bisschen erkunden. Und, was weiß ich mit diesem Vogel da? Hm, hat der vielleicht einen Powermond? Weil der leuchtet auch ziemlich stark. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass wir eben erstmal hier noch diese Stadt ein bisschen erkunden. Noch weitere Münzen sammeln. Vielleicht sogar noch uns dann doch auch neue Kleidung zulegen können. Mal gucken. Und dann können wir vielleicht beim nächsten Mal auch schnell herausfinden, was hier in der Wüste eigentlich los ist. Und warum hier alles vereist ist. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Da oben ist ein weiterer. Schon sehr gespannt, das dann herauszufinden. Wird dann, glaube ich, auch wieder ganz cool werden. Okay. Auf jeden Fall würde mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.